Hallo, ich bin The War, ihr seid die Zuhörer, bin gespannt wer da ist, ich mache Musik, ich bin kein Profi, aber ich habe Leidenschaft und es geht hier in dieser Reihe The Way of Music soll es darum gehen aufzuzeigen, dass man auch nicht voll Profi sein muss, um einfach auch mal rumzuspielen, rumzu experimentieren. Das mache ich in einer digitalen Audio Workstation, DAW und da gibt es verschiedene Sounds, die man nutzen kann. Ich will aber kein Tutorial machen, auch nicht DJing, einfach, ich habe Spaß daran, was zu entwickeln, möchte euch daran teilhaben lassen. Und nun gucken wir mal, womit wir heute starten. So, eine Gruppe... Nein. Och, ja. So, was ist denn hier schönes? Ah, ja. So, ich will auch mal entschalten. Ah, ja. Ups. Was wollen wir denn? Ein Pätternchen. Das ist mir viel zu langsam. Das ist mir viel zu langsam. OS, dass es mir geht. Und, dass das gewonnen ist. Ich hoffe, ich will schon mal. Nein! Besser. Der ist mir ein bisschen zu laut. Das nennt sich also Snare. Tolles Snare. Der ist mir ein bisschen zu laut. Der ist mir ein bisschen zu laut. Das nennt sich auch ein bisschen zu laut. Das nennt sich auch ein bisschen zu laut. Das wird zu tonal. Das sind auch keine Hits. Das nennt sich auch ein bisschen zu laut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eine schöne Musikentwicklung. Man hört die selbe Schleife nonstop, nonstop und irgendwann fängt man vielleicht etwas auszufiltern. Oder zum Beispiel wie jetzt, mir fängt der Beat an, auf den Sack zu gehen. Ja, machen wir das Pattern einmal. Duplizieren, verdoppeln, drehen wir über das Kabelrollen und dann können wir auch ein bisschen rumspielen. Ein anderer Übergang ist mit den Stimmis. Das nennt die C. Ah, für immer noch ein zweites. Da war ja was. Ich will noch, es fumpelt nie zu sehr, gibt noch etwas dazu. Ich will noch, es fern, es fern, es fern, es fern. Ich will noch, es fern, es fern. Ich will noch, es fern, es fern, es fern, es fern, es fern. Ich will noch, es fern, es fern, es fern, es fern. Ich will noch, es fern, es fern, es fern, es fern, es fern. Wir müssen warten, Jens. Kann ich ja nicht schaufen. Ach, ich will wieder waspassen. Schau ihn an. Aber dann ist es auch. So, ich will wieder wassonst. So, we necessarily Nick, als ich noch nie bin. So, ich will wieder wassonst. So, ich bin wieder wassonst. So, schon wieder ich bin, Tallenz. So, ich bin sicher. Ich hab heute, einen Schlagze. Untertitelung des ZDF, 2020 Interessant! 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 Gefällt mir, aber es bleibt mir zu laut drin. Mich verziehen würde? Mich verziehen würde, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. So, diesmal viel zu laut und viel zu intensiv. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das wirklich jetzt so? Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, was kann man denn noch schönes machen? Ah, 2K01, du hörst die Beste nicht. Ah, 2K01, du hörst die Beste nicht. Okay, wenn du meinst, du lauter? Ah, 2K01, du hörst die Beste nicht. Oder so. Hey, Musik ist immer eine schöne Entwicklung. Irgendwo klippt hier ab und zu. Warum? Ja, ich habe ein Template drin, einfach den Maximizer und dahinter den Limiter. Ich habe das. Ich habe das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein paar leiser Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Ein bisschen rauslöschen. Sorry. 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 Krieg ist Frieden. Seid ihr nur zufrieden. Krieg ist Frieden. Seid ihr nun zufrieden? Krieg ist Frieden. Nein, 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 nein. Timing passt nicht. Krieg ist Frieden. Seid ihr nun zufrieden? Krieg ist Frieden. Seid ihr nun zufrieden? Krieg ist Frieden. Seid ihr nun zufrieden? Mein Herz. Krieg ist Frieden. Seid ihr nun zufrieden? Hallo Funkmikro, hallo Sender, willst du denn jetzt schon bekehr sein? Krieg ist Frieden, seid nun zufrieden, Krieg ist Frieden. Seid nun zufrieden, Krieg ist Frieden, seid nun zufrieden. Krieg ist Frieden, seid nun zufrieden. Krieg ist Frieden, seid nun zufrieden. Was Jux in der Freude. Krieg ist Frieden, seid nun zufrieden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Propagandaschau präsentiert Krieg ist Frieden, seid ihr nun zufrieden? 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 Der Russe bös, der Armee gut, wohin, wohin mit der Wut? Krieg ist Frieden, seid ihr nun zufrieden, der Russe bös, der Armee gut, wohin, wohin mit der Wut? Krieg ist Frieden, seid ihr nun zufrieden, der Russe bös, der Armee gut, wohin, wohin mit der Wut? Krieg ist Frieden, seid ihr nun zufrieden, der Russe bös, der Armee gut, wohin, wohin mit der Wut? Krieg ist Frieden, der Russe bös, seid ihr nun zufrieden, der Russe bös, der Armee gut, der Russe bös, der Armee gut, wohin mit der Wut? Wohin, wohin mit der Wut? Krieg ist Frieden, seid ihr nun zufrieden, der Russe bös, der Armee gut, wohin mit der Wut? Wohin, wohin mit der Wut? Krieg ist Frieden, der Russe bös, der Armee gut, wohin mit der Wut? Was bieten die denn zufrieden? Was bieten die denn zufrieden? Nein, 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 nein! Woher ist Frieden, der Gruppe nachdenken? Whoo! Die Gruppe nachdenken! Die Gruppe nachdenken! Die Gruppe nachdenken! Bis zum nächsten Mal. 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 So. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Die Erhaltstöße. Ja, finde ich auch. Solange es Spaß macht, ist es nur sollte in der Musik und Kultur alles erlaubt sein. Na gut, außer Beleidigungen, Aufruf zur Volksverhetzung und sonstiges Zeug. Also im Prinzip, ja. So. Für heute ist The Way of Music zu Ende. Das war der erste Teil von hoffentlich viel. Hier wird Musik gemacht, wortwörtlich erzeugt und entwickelt. Wer sich was abgucken will, bitte sehr. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das geguckt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.